Ja Leute und dann wieder hallo und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Let's Play von mir. Part 43 aus meiner Let's Play Minecraft Serie. 41. So, letztes mal konnten wir ja nicht weitermachen, weil wir keinen Redstone mehr hatten. Und ja, das ganze hat jetzt ein Ende, denn ich war noch mal unterwegs. Ihr seht mein Inventar so, wie ich da eben wiedergekommen bin. Ich hab noch nichts weggelegt, oder? Und ja. Pepper, Kies. Wo ist der hier? Kies, Gold. Sand. Leben. Kies. Diamantenherz haben wir zwei. Ich würd sagen, gucken wir mal, was das kostet, dass wir uns ne Diamantspritzhacke mit Glück 3 oder so bauen, und dann bauen wir uns meine mit Glück 3. Da entbehre ich gerne mal 3 Diamanten. So, Redstone haben wir hier sehr viel. So, das ist sortiert. Das ist da auch noch mit so. Kohle. Bisschen Wasser vor. Naja, war nicht viel. Man muss dazu sagen, ich hab mir immer neue Fackeln gemacht. Und Pflasterstein. Müsste. Müsste hier sein. Ja. Pflasterstein. Paar Eisenerze. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, das verspringen wir. Ein Feuerstein, also Flint, kommt hier mit ran. So, Rails, haben wir. Zack, Zäune, Kisten und so, haben wir erstmal alles hier reingepackt. Dirt, Fäden, Spinnenbeben. Was haben wir da? Das ist scheißig breit, wo haben wir das denn noch? Dirt, lassen wir mal den Stack im Inventar. Holz, wir brauchen auch noch Stickies. Wo haben wir denn welche? Sieht so aus, als hätten wir da überhaupt keine mehr. So, 44 Stück. So, Diamantspitzhacke. Unbenutzt und einsatzbereit. Achso. Das sieht aus, als wäre das hier fertig. Oder? Sieht alles so gut wie fertig aus. Aber hier waren noch ein paar, drei Stück, sind noch nicht fertig. So, wir brauchen das mal einfach. Auf jeden Fall, wir warten noch mal kurz, wenn wir da oben in den Ende das machen. So, das wollte ich. Achso. Einmal hier bei. Seelen. Einmal hier bei drehen. Lipp. Zwei. Braucht zwanzig. Verzauberungskosten. 20. Ah ja, da warten wir noch kurz. Dann können wir uns da mit 20 Level aufbessern. Töten wir ein paar Kügel. Schon haben wir das Level zusammen. Ja, so schnell geht das. Muss ich rückzuheben. So. Na, kriegen wir das wohl zusammen. Ja, wir haben jetzt 20 erreicht. Das ist doch schön. Alles einsam hier. Nichts vergessen. Na, wenn ich mal bitten dürfte. Wo ist denn hier der Ausgang? Wo ist denn hier der Ausgang? Wo ist denn der Ausgang? Der war doch hier, oder nicht? Da ist er doch. Mensch. Mühe. Leder haben wir auch gekriegt. So. Level 20. Meine lieben Damen und Herren. Jetzt kommt hier mal Glück 3. Zack. Glück 3. Richtig like a Boss. Das ist die beste Spitzhacke, die es gibt. Wollen wir mal. Holen wir mal. Oder versuchen wir uns mal da ein paar mehr Kohleblöcke rauszuholen. Mal gucken, wie viel das jetzt wirklich bringt. Weil ich hatte selbst auch noch keine Glück 3 Spitzhacke, obwohl ich Jahre lang Minecraft spiele. Ich habe immer Glück 2 gehabt. So. Wollen wir mal gucken, was das bringt hier. Eigentlich kriegen wir immer nur einen Kohleerz aus einem Block. Gucken, was wir da jetzt rauskriegen. Hier schon mal direkt 2. 1. 2. 3 Teils. Sehr viele. Also wir haben 5, 6, 7, 8. 8 Stück haben wir kaputt gemacht und haben 18 rausbekommen. Das ist über das Doppelte vermehrt. Das ist spitze. So. Bauen wir das jetzt mal kurz ab. 4 auf einmal. 2. Alter, wie die... Das jagt der richtig hoch oben. Kohleanzahl. Einer fehlt natürlich noch zum Stack. Warum auch nicht? Egal. Kohle. Da. So. Rohes Rindfleisch. Wir haben hier noch Mob Drops. Da. Ein bisschen Leder haben wir jetzt ja auch wieder zusammen. Drei Stacks. Da. Können wir nachher auch mal wieder ein bisschen Bücher herstellen. Ähm. Ja, was wollte ich denn jetzt noch machen? Die Farm weiterbauen. Nein, Spaß. Zuerst werden wir das kurz ernten hier. Oder? Vielleicht doch nicht. Doch, machen wir jetzt, oder? Ist das schon fertig alles? Oh. Nein, war ein Spaß. Wir machen das jetzt kurz mal und testen das zum ersten Mal richtig. Das wird ein bisschen langen, glaube ich. 20 FPS. Willkommen im Leben. Es funktioniert. 1A. Spitzenmäßig. Aber sowas von richtig männlich. So, dann wollen wir mal in die Kiste gucken. Da müsste jetzt schon sehr viel angekommen sein. Warten. Auch noch ein bisschen. Warten. Bleib denn das ganze weiß. Das erklärt natürlich einiges Ich glaube ich weiß warum Der Trichter ist überfüllt Der braucht ein bisschen länger jetzt Aber an sich funktioniert es Deswegen, wie ihr seht, das kommt nach und nach Das wird sehr viel mehr sein Das werden nachher bestimmt 9 Stacks sein 8 Stacks 6, wo wir Glück haben Jetzt kommen wir hier der 13 ganz schön rausgeschossen Das gefällt mir Schauen wir später noch mehr vorbei So Jetzt bauen wir hier weiter So dann brauchen wir Redstone Fackeln Repeater brauchen wir Und Redstone Schnur Repeater Wie gehen die Dinger noch mal an? Ich habe sie vergessen So erstmal 43 Fackeln Jetzt bin ich schonmal 43 Redstone weg Jetzt nochmal ein Stack nehmen Jetzt nochmal ein Stack nehmen Bräuchte man dafür Ehm 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 Schrauben Ehm 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 Das Bahn wurde rein Sehr schön. 22 Stück. Her damit. So, jetzt haben wir ja noch sehr viel über hier. Das reicht, glaube ich. Äh, Redstone-Fackel brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Hö, nicht, dass ich wüsste. Wir brauchen nur noch einen Stick. Alles fehlt. So. Dann brauchen wir einen normalen Cobblestone. Der befindet sich hier oben. Und dann machen wir uns mal einen Knopf. Hebel. Aber gut. Jetzt kommt der Rest. Vom Schützenfest. Hier sind wir ja stehen geblieben. Und hier laufen wir weiter. So. Post. 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, da wir nachher auf der anderen Seite hier nochmal dasselbe bauen wollen, ist das jetzt hier so ein bisschen unsymmetrisch, als wäre es hier genau in der Mitte und da wäre genau dasselbe wie hier. Aber im Moment lässt sich das halt nicht ändern. Im Moment müssen wir halt erstmal damit leben, dass das gleich anders, ein bisschen anders aussieht. Funktioniert. Oh, ist das vieler? Oh. Oh. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Ja, vierzehn. Aber hier ist Ende. Weil da kommt das Signal nicht. Äh, da müssen wir teils... Alter. Da müssen wir dann gedrungen irgendwie ne kleine Verlängerung einbauen. So würde ich sagen. Das müsste eigentlich geholfen haben. Ja, tatsächlich. Mensch. Ich dachte ich wäre blöd. So. Das haben wir. Das auch. Und jetzt muss hier natürlich auch wieder eine kleine Verlängerung. Und natürlich fehlt uns ein Redstone gerade auf Tasche. Das war natürlich wieder klar, weil warum auch nicht. So. Auch wenn es jetzt unnötig ist. Aber so sparen wir uns im Moment erstmal zwei Redstone. Aber hauptsache ich muss jetzt nicht damit zurücklaufen. So. Jetzt haben wir das doch geschafft. So. So, dann wollen wir mal testen, ob das funktioniert hier. Wo ist der Feber? Anscheinend habe ich irgendwie ein durchgehendes Signal gemacht. Wie behebe ich das denn jetzt? So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mach ich das denn? Irgendwie versorgt er sich ja selbst. Aber wie? Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Cut und sehen uns dann direkt im nächsten Part wieder. Tschau Leute!